links Alina gehen bei der Beginn sozusagen hallo Frau seid ihr bereit für etwas Bewegung ich denke es ist Zeit für etwas Training jetzt kann ich alles auf Stufe 10 sozusagen machen ihr benötigt 500 Gold ich hab zu wenig Geld deswegen beenden tschüss hier kann ich leider nicht mitnehmen Buchübertragung Fertigkeiten sollte ich mitnehmen ähm nein dann war es nicht hier ähm und zwar kann man dann immer wieder die Ding aufmachen die Schatztruhe oh was ja ich zeig euch jetzt nochmal alle die Person und dann war es das für heute die Tue geht auch nicht auf um aber hier liegt ein Buch das wäre für den D es geht um ein Kaltorger aus der Falle so stehen besser und sehen nö oder nö das besser ist der da die Arme sind natürlich besser gleiche gilt okay ja jetzt kann nämlich glaube ich Todesstoß und hier gibt es einen Händler und jetzt könnte ich mir einen guten Tor so kaufen wenn ich genügend Geld hätte was ich leider nicht habe nö ähm auf bald Krim ja Liken ist tot oh nein wo gab es jetzt diesen scheiß Schlüssel egal dann kann ich noch zum Alchemie Garten gehen ja da lebt mein Bezauberer mit dem Willkommen im Gewächshaus dem Ort für Alchemie der interessiert mich nicht wirklich und hier ist der Schlüssel da ist der Schlüssel da ist der Schlüssel der Schlüssel die Trenn kann ich nicht nehmen und der hat auch eine Truhe und in dieser Truhe wird wiederum ein Schlüssel sein und immer so weiter dann bei den ganzen ich muss nur noch die Truhe finden wahrscheinlich habe ich sie nur einfach vollkommen übersehen gerade ja habe ich anscheinend nicht vollkommen übersehen hier gibt es aber auch nichts hallo wo ist diese blöde ach der hat gar keine Truhe okay dann gehe ich nochmal zum Nekromanten vielleicht kann ich jetzt seine Truhe öffnen ja und da gibt es einen Schlüssel und das dann jetzt als nächstes zur Trainingsarena der habe ich auch schon gesprochen dann zum Bezauberer Bezauberer habe ich euch gezeigt wie man bezaubert muss ich ja nicht nochmal vorführen ich bin uns das ja eh nicht habe ich ja schon gesagt hier kann ich halt bezaubern das gehört alles mir alles ist mein wieder was oh jetzt noch zum Thronsaal nämlich das war es jetzt von meinen Charakteren nein das war auch der falsche ähm x ähm nein das wird schon wieder falsch was mache ich denn zurück okay Erfolg gehoben in Drachenstein gemeißelt ähm zum Thronsaal möchte ich gehen jetzt werde ich noch den Thronsaal öffnen dann noch zu den Orobasfjorden reisen dort einen kurzen Stopp äh Speicherpunkt einlegen und das war's dann für heute dann werde ich dir nochmal ganz kurz Orobasfjorde ich werde als Drache speichern ja so als neue Errungenschaft ähm muss jetzt noch die Truhe finden ich glaube die war hier ja alles nehmen ach hier gibt kann man ja nicht mit A alles nehmen okay mh erwache mein Tierchen ihr werdet gleich wissen doch mich das getan hat und zwar genau wenn das jetzt abgestürzt ist hey deswegen vergesst nicht drachentum werdet ihr den Staat vernutzen kommt und nicht auflösen zu eurem Drachentum vorgegangen und hier gibt es wieder jede Menge Quests also ich bin beim Reden und dann passiert sowas hoffen natürlich auch nochmal welche noch nicht das war's dann wohl mit der Zauberei nix war's mit der Zauberei noch nicht okay das muss jetzt reichen so ähm hier da oben gibt's halt noch Quests dann wird hier noch über rumreisen auf jeden Fall war aber das hätte ich noch mal anziehen können so jetzt habe ich schon mal eine Kalle an ich bin ein Drache Stürmer lebt er noch nie okay ich hab kann einmal Fertigkeiten steigern ich hab die immer auf Heilung gesetzt annehmen ich hab ja auch die ganzen Bücher ach bevor ich das vergesse mache ich das jetzt nochmal schnell also wieder Kuh habe ich gerade rausgefunden also das wusste ich vorher nicht das mit Kuh okay tragen Fertigkeitspunkte halten okay tragen Fertigkeitspunkte halten ah ich hab eins vergessen da werde ich jetzt mich nochmal schnell hin teleportieren zum Bezauberungswerkstatt zum Bezauberungswerkstatt ich kann mich sofort wieder zurück teleportieren ähm ich überziehe gerade voll ja okay so wieder dahin teleportieren wo ich ja war okay jetzt wieder Drache werden und gleich mal den da finden hallo so tschüss ähm Inventar Fertigkeiten steigern annehmen ja und dann mache ich nochmal Drachen Feuerball Flammkugel ähm okay jetzt habt ihr schon mal Drache gesehen hier wird jetzt nichts ist stoppen deswegen wird hierhin machen aber als Drache verwandelt boah okay so das war's jetzt von der Veneti 2 und ja bis zum nächsten Mal ja komm speichern noch ja ähm ciao